So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Battlefield Play For Free. Wir spielen heute Karka & Rush als Verteidiger. Und ja, ich habe die M95 dabei, weil sich viele von euch die Waffe gewünscht haben. Ich war auf Facebook bei einer Umfrage. Ich habe aber noch die M24 dabei, weil wir die M95 ein bisschen zu weit rein scoped, teilweise. Genau, wir haben beschlossen, den Flotten frei zu machen, deswegen habe ich dabei den Simon. Aha. Und die Becky, denn ohne die geht es ja nicht. Hallöchen. Ah, kommt raus. Ja, gehen wir schon angefangen. Ich habe jetzt gerade 5 zu 0. Ich habe also nicht, weil Simon noch nicht in unserem Team war, habe ich die Aufnahme noch nicht gestartet. Boah. Also, ihr seht, ich habe ja auch den Sculpt darauf, mit dem ich heute reinsieben kann. Bevor wieder alle Leute fragen, das kann man sich im Store kaufen, kostet, glaube ich, 10.000 Fans zum Freischalten. Ich habe es aber nicht freigeschaltet, das wäre ein bisschen doof. Boston. Maxi, was meinst du? Ich weiß, er ist Ballistic Rage Aids. Achso. Ja. Vor allem, er ist ja der Count, den Lars mir geschenkt hat und da war es schon drauf. Das heißt, ich habe hier... ...äh, folglicher Scope auch nicht gekauft, sondern der liebe Lars. Ja, ja, man kennt schon deine Ausreden. Oh, ist geil. Ich muss feststellen, IK geht eigentlich ganz gut auf Kalkanow, einigermaßen. Ja, also ich spiele es, ich wirklich, ich spiele schon seit anderthalb Jahren Play 4 und jetzt ist das erste Mal, dass ich ein Duel Weapon Slot, äh, ein Duel Weapon Slot spiele. Ja, ja. Ich habe davon noch nie gemacht, ist echt so. Ich habe seit eineinhalb Jahren. Ja. Also, mit Sicherheit, dass du schon einmal in einem Duel Weapon Slot spielst. Ne, habe ich nicht. Doch. Ist echt so, ich habe noch nie Duel Weapon Slot gespielt. Ist klar, sagen sie alle. Ah, ich habe meine Pistole. Lol, hey, ich habe ja schon F zu 0. Werden wir jetzt, sterbe ich gleich. Ich habe jetzt 6 zu 0. So, erstmal alles nachladen. So, natürlich länger, wenn wir zwei Waffen dabei haben. Oh, M95. Ah, Toilet. Da kam ich von hinten. Ja, bisschen flammt. Ich habe wirklich ein Gegner-Team. Ja, Simon ist bei mir. Ja, logischerweise. Für Stole, die... Das wollte ich mir unbedingt so haben. Genau, wir spielen noch mit unserem Sprachpaket. Das seht ihr hier, wenn wir Kills machen, da steht dann oben eine andere Kill-Message. Oder wie man hier das auch nennen wollte. Genau, Download-Link packen wir in die Beschreibung. Den Link zum Tutorial, wie ihr das Sprachpaket installiert auch. Und dann könnt ihr auch damit spüren, weil, ich denke mal, es haben wir nicht alle... Da steht es auch nicht mehr da. Das sagt man, wir sind ja nicht mehr da. Das ist das andere. Das ist das andere. Ja, das ist das andere. tightly. Das ist das andere. Das ist das andere. Und dann könnte ich da nicht mehr etwas spürzen. Das. Das ist das poderia sagen. Das ist das alles. ist hier die treppe hochkommt ich hoffe natürlich nicht wenn ja dann haben wir pech gehabt ich hoffe dann nehme ich mich an dass die große wahrscheinlichheit sterben werden ich hoffe dass es morgen nicht regnet ich denke schon als regnet kommt jetzt hier hoch die ganze woche regnen ich bin jeden tag mit kurs hey das spiel angestellt maxi nur ich habe in der treppe war an der leite gewartet dann hat er hochgeschaut und dann ist er ganz hoch kann habe ich nicht mehr zu tun erkennt der jahre auf dem haus ich tue nur nicht mehr akkurat oder andere kann man mit der farmers und 18 zu 0 hat er dich an naja heiße dann kann ich halt jetzt wieder über die vereine aber das war dann doch gemerkt gar was soll's 18 ist es ist doch gut wir haben geht zu mir hier an 2 ich auch der 3 im gebüsch geplant auf mehr mauer aber naja ja kann man schon nichts mehr ja was der wacke dort gibt es denn das ich hatte aber noch ein keller er war mit wenn man diese kreiber kreft das kann nach einer rechten Skogen schau raus du Affe Boah, ich schätze den Recall der, ähm, den Dropdown von M24 mal ein bisschen falsch ein. Oh, im G36 Level 10. Applaus. Applaus, Applaus. Nein. Ich hasse dieses. Lasse es. Ich finde es schlimm. Das ist so zum, naja, einschlafen. Mein Herz geht auf, wenn du gehst. Das ist sicher nicht gesund. Man kann es sonst so sehen. Nein. Lass uns so. M95 von 13. Ich wurde gerewiped. Wascht da los? Ich werde nicht gerewiped. Wird sozial. Ja, und das ist eh gleich vorbei. Lol, das war kein... Ja, natürlich, wow. Natürlich wieder eine von UGS ist. Die Oma ist in Freebuyer, das ist so bitter. UGS ist so... Kleiner Penner-Klan, ernsthaft. Oh Gott, jetzt hab ich dich nicht mehr angehettet. Das ist übel. Du wirst von den Leuten gekillt und immer mit gepriebeidem Waffen. Die meisten auch mit ihrer 1185. Ja, ja, du Spaten. Du willst uns sehr im Komplis-Arm, äh, Armen. 10 Arcade, die haben wir am Start. Das war's dann noch, oder? Mal eine schnelle Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein schneller Dreier. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.